Und worauf hast du die Goldforelle gefangen? Ja, zwei Stücke. Zwei goldene? Ja. Okay, also was für ein Köder. Ja, jetzt stört dich. Ist das auch auf Powerbait oder? Wie bitte? Auf Powerbait oder? Nee. Das ist eine... Was ist? Das ist ein Augenblinker oder wie? Hallo. Hallo, was für ein Köder braucht ihr? Na, passt. Na, passt. Ja. Okay. Na, ihr seid, was seid ihr? Polen, Russen? Nein. Ja, ich kann ja hören, ihr versteht mein Deutsch nicht ganz... Ja, ja, okay. Das ist hier. Ah, okay. Die mehrfarbige, passt. Ja, nur das. Nur das? Ja. Okay. Diese gute... Ja, dann funktioniert alles mit Patz. Die haben grün, gelb, schwarz. Ja, ja. Ja, danke. Danke. Ja, ihr seid ja Deutsche, aber ich höre, ihr seid von woanders. Ja, ja. Eine, nur eine. Meine Kollegen, die äh, fünf, fünf Stück. Hat er fünf Stück? Ja, fünf Stück, er. Okay. Ja, ja, Tag ist noch nicht vorbei. Ich danke.